Süßes Baby-Pick! Siaras Mann knuddelt seine kleine Prinzessin Das Motiv zeigt wahre Vaterliebe, mit einem brandneuen Bild von Töchterchen fesselt US-Sängerin Ciara, 32, die Aufmerksamkeit ihrer Follower. Erst vor wenigen Tagen hatte die Zweifach-Mama ihren jüngsten Sprössling das erste Mal auf Sozial-Media präsentiert. Jetzt zeigt sie ein Pick, auf dem die Kleine mit ihrem Papa Roussel Wilson, 29, zu sehen ist und die Ähnlichkeit ist enorm. Strahlend hält der Quartaback von der Football-Mannschaft Seatlesi Ahabs auf dem Instagram-Bild-Töchterchen Sina in die Kamera. Auch die Kleine grinst wie ein Honigkuchenpferd. Siara ist von dem Motiv offenbar begeistert und schrieb dazu, Dadi und Sisi. Zu süß! Die Lika-Aboi-Interpretin hatte ihre Tochter bislang aus Sozial-Media herausgehalten. Vergangene Woche postete sie jedoch ein atemberaubendes Mutter-Tochter-Foto, das Roussel von seinen beiden Herzdamen gemacht hatte. Im vergangenen April brachte mit Sina ihr zweites Kind auf die Welt. Mit einem emotionalen Foto der damals hochschwangeren Sängerin machte das Epa seine Freude auf das Baby öffentlich. Sie ist das erste gemeinsame Kind von Roussel Wilson und Siara. Ihr dreijähriger Halbbruder Futurit Zahir stammt aus Siaras Beziehung mit dem Rapper Futurit, 34. sich. 內 mah show 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 con show